Jetzt haben wir im Kantonsrat seit über drei Jahren das neue Wassergesetz beraten. Das Resultat daraus ist enttäuschend. Die rechtsbürgerliche Mehrheit hat es geschafft, überall das Wassergesetz, das eine gute Vorlage vom Regierungsrat war, zu verschlechtern. Wir haben jetzt weniger Naturschutz drin, wir haben weniger Zugang zur Gewässer der Öffentlichkeit, wir haben einen schlechteren Hochwasserschutz, wir haben nur mehr im Staat und Bürokratie und Partikularinteressen. Aus diesen Gründen haben die Grün-Riberalen beschlossen, dass wir ein Referendum gegen das Gesetz werden ergriffen und hoffen, dass das Volk passiert korrigieren.